Sehr gut, damit ist auf jeden Fall bekannt, wer das Kudi ist, das ist die alte Lady gewesen. Also nicht irgendwie, tatsächlich, man hätte jetzt gedacht, irgendein Mann oder was auch immer. Scheint also tatsächlich eine Frau zu sein. Wollen wir mal gucken, das Kudi ist bekannt, genau, das ist die alte Lady, Berenike, wer auch immer. Neuer Ort entdeckt, Arena von Krokodilu Puls, da war ja das Thema drin, Mensch. Kann doch nicht neu sein. Also war es Berenike, sie ist das Krokodil, sie hat Schadja umgebracht. Sie hat so viele in den Ruin getrieben. Sie beschreibt sich als Mäzenin des Wohlstands und der Kultur im Fayum. Man spürt ihren Einfluss in der gesamten Region. Ihr Reichtum kommt von ihrem Anwesen im Norden der Stadt, der Kerkesucher Kornkammer, der größten in ganz Ägypten. Sie veranstaltet ein Gastmahl mit anderen Einflussreichen aus dem Fayum. Jeden Abend zieht sie sich in ihre Villa zurück, wo sie sich mit Geld und Schmeicheleien ihre Gunst sichert. Dann werde ich sie dort finden. Danke für deine Hilfe, mein Freund. Was machst du jetzt? Ich gehe auch zurück in meine Villa. Ich muss was trinken. Renut und ich müssen in Ruhe trauern. Leb wohl, Bayek. Wenn du getan hast, was du tun musst, würden wir uns freuen, dich wiederzusehen. Gladiatoren-Arena. Arena freigestaltet. Du kannst jetzt jederzeit wiederkommen, wenn du dich neuen Herausforderungen oder Bossen stellen willst. Ja, gut. Irgendwann mal vielleicht. Ist auch so ähnlich wie die Pferderennen. Komme ich irgendwann mal wieder. Sie bleibt nachts in der Villa. Sie lebt in der Kölkisch-Sotja. Hat unsere Rede ausgesprochen. Okay, gut. Also das Ziel ist bekannt. Finde und eliminiere Berenike das Gugel. Ja, das ist natürlich mein Ziel. Irgendwo hier war noch eine Quest. Irgendwo habe ich vorhin gesehen. Wo ist er hier? Da, irgendwo. Da. Komm. Die nehme ich nochmal mit. Also nicht, dass ich die jetzt machen möchte, aber... Ich kann mir schon mal anhören, was er möchte. Oh, bitte. Lass es nicht sein. Du wirst dir bloß die Knochen brechen. Hallo Boden. Okay. Der Altmeister hilft dem alten Kämpfer. Okay. Gut. Die Quest habe ich auf jeden Fall schon mal im Questlog. Ja, kann ich dann einfach nochmal weitermachen. Ich wollte jetzt aber natürlich das Brudil weitermachen. Genau. So. Dann nehme ich mir das Bötchen. Fahr da mal rüber. Nachts ist in der Wille. Das heißt also, wahrscheinlich muss ich bei Nacht kommen. Ein schwerer als die Kämpfer kann sie eigentlich nicht sein. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich nur ich ziemlich gut bewacht. Das wird das einzige Problem sein. So schön, ein bisschen weiter weg zu sein. Mal gucken, gerade. Das ist da ganz hinten. Da kann ich tatsächlich den Wasserweg noch weiter hinnehmen. Ich wollte hier schon an Land gehen. Ja, dann machen wir eine schöne kleine Bootsfahrt. Und möglichst nicht ablenken lassen wir das Spiel. Weil ich sehe mich hier schon wieder ein Schiff. Das würde ich gerne einnehmen und wahrscheinlich Handelswaren zu bekommen. Ich weiß nicht, ob dann das Spiel wieder abstürzen würde. Ich denke, das ist ein Leuchtturm. Ach, ich könnte hier wieder so viele Sachen machen. Ach so, es reicht, über Wasserfügel rüberzufahren, um die zu töten. Okay. Ich muss nur dem Tempo. Oh, war ich nicht. Meine Güte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es tatsächlich vielleicht sogar mit... Das ist die Kornkammer, von der heute versprach. Das Krokodil muss da drin sein. Also nachts bleibt sie in der Villa. Heißt das, dass sie tagsüber dann draußen ist? Ich bin unsicher. Was ich gerade nur sagen wollte, ich weiß gar nicht, ob ich auf dem Wasserweg schneller oder langsamer bin, als mit einem Kamel auch per Land. Weiß ich nicht. So. Ich will gleich. Oh. Standen. Neun Ort entdeckt. Kornkammer von Kere Kusucca. Ich fahre die später so wie auch. Gut. Dann würde ich mal sagen, gucken wir erstmal mit dem Adler. Wo sich unser Ziel befindet. Okay. Aber ich sitze. Weil ich glaube, wenn sie nachts in der Villa bleibt, dann wäre es wahrscheinlich für mich schwieriger. Denke ich. So könnte ich vielleicht gleich einen Attentat machen und bin durch mit der Sache. Und hier vorne ist Sperrgebiet. Jetzt gucke ich gerade mal die Quest immer noch bei Stufe 28. Okay. Also sollte ich schon machen können. Soll ich mir jetzt erstmal vielleicht auch alle Soldaten markieren. hin, weil sonst glaube ich hier. Ich spiele ja Gitarre. Okay. Das sind gar nicht so viele, wie ich hätte. Ich hätte jetzt gedacht, es wären mehr. Okay. Also tatsächlich sammelt sich das hier alles in dem Bereich. Soldaten. Na. Was ist das jetzt? Ich habe immer das Gefühl, dass mir nachher noch etwas entgeht. Scheint wo alles gewesen zu sein. Hier ist tatsächlich sogar noch ein Schatz. So. Und sie ist jetzt relativ alleine. Relativ. Schnell durchs Feld huschen. Hier sollte ich vorsichtig sein. Oh, mit ein bisschen Glück. Hören sie mir jetzt gleich in die Arme. Was hier nun mal drin ist. Ich wundere mich. Runter, 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 runter. Danke. Es ist alles so, wie ich es mir erhofft habe. Es wird dir an nichts fehlen, solange du an meiner Seite bist. Solange du loyal bist. Nein. Lass mich nicht enttäuschen. Meine Freundin. Das ist... Die ist jetzt... Sie hat die Seiten gewechselt. Ist das der Luxus, den du wolltest? Als Sklave in einer Feinde in Ägyptens? Okay. Das heißt, die müssen wir dann auch noch welche machen, wahrscheinlich. Das ist die Frage. Was macht sie jetzt? Wenn sie jetzt hier zwischen geht, wäre perfekt. Weil dann kann ich alles in Brand versetzen. Oh, oh, oh. Jetzt geht sie wieder weg. Das ist jetzt der Bodiger von mir hier. Oh, das ist schlecht. Ich will dich nicht töten, Kenza. Aber sieh mir, wem du dienst. Wen habe ich denn sonst noch? Ich rufe die Dramaten. Sie blitzig auf. Tut mir leid, dass es so enden muss, de alte Freundin. Mögeste Frieden in Maats Umarmung finden. Oh, jetzt kommt die Verstärkung an, ne? Aha. Ja, aber das war jetzt zu schnell. Aua, aua, aua. Nein, ich finde sie nix. Oh, ich muss mir eben schnell flüchten. Oh nein, die ganzen Focker, die hier entkommen. Oh, fuck. Ach du Scheiße, das sind ja vier Stück jetzt, oder wie? Ne, das sind Leute feuer, okay? Wir müssen aufholen. Nein, nicht hinterherkommen, das wäre jetzt echt nervig. Ich hoffe, die lassen gleich ab von mir. Scheiße, der kommt ein bisschen. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Oh nein, ich kenne keine Doppelattentate. Oh, du Scheiße. Oh, du Scheiße. Mich nervt vor allen Dingen der Kopfgeldjagel, weil den kann ich nicht schlagen. Und die sind jetzt natürlich extrem skeptisch. Hier stimmt irgendwas nicht. Sei wachsam, Philos. Verstanden. Ich bin auf der Hut. Den schon mal rausgenommen. Ja, ich habe jetzt natürlich richtig... Ich will mal gleich gucken. So sieht das Kunk gar nicht aus. So hoch, ja. Ich habe Glück, dass sie mich nicht gewunden haben. Also, ja, Scheiße. Und der Kopfgeldjager bleibt natürlich genau da stehen. Genau da. Oh, Mist. Da kommen wir jetzt nicht an die Leichen ran. Ich kann den Tod nicht bestätigen. Das ist ein Problem. Die Leuchtfeuer sind natürlich noch entzündet. Ja, das ist ein Problem jetzt. Die werden sich jetzt auch nicht bewegen. Ich fürchte. Das ist die Verstärkung, die jetzt gekommen ist. Oh, das macht es nicht einfach. Und das sind ganz schön viele. Meine Güte. Ich wollte eigentlich auch nicht da so bescheuert runter springen, muss ich sagen. Das ist ein bisschen schnell eskaliert. Noch eine... Noch eine... Hier... Unfassbar, was hier los ist gerade. Das Problem ist natürlich, dass die Feuer entzählend wurden. Und mit Verstärkung besucht wird. Oh, Mist, 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 Mist. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ich jeden Einstieg finde. Die würden ihm helfen, wenn ich sie rausnehme. Oh, okay. Gucken die jetzt? Ne, die haben sich nur gewechselt. Ja, das Schlimmste ist eigentlich der Kopfgeldjäger. Der haut da auch nicht ab. Die ganze Verstärkung ist jetzt im Prinzip da versammelt. Das ist tatsächlich ein Problem jetzt. Ich glaube, ich kann den nicht schlagen. Der ist tatsächlich zu stark mit Level 32. Er hat zwar keinen Totenkopf mehr, aber... Mist, 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 Mist. Ich muss an die Leiche ran, um den Tod zu bestätigen. Das ist nix. Das ist auch nicht, was man jetzt machen könnte, um... Könnte man irgendwie für Ablenkungen sorgen oder so. Das wäre vielleicht noch irgendwas. Aber wie? Aber wie? Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Pass auf! Ich denke dich. Sei unbesorgt. Der hat es gehört? Oh, mit ein bisschen Glück kommt der jetzt vielleicht. Man wird auf jeden Fall nervös. Er reagiert drauf. Wo kommt der nicht? Das ist sehr diszipliniert anscheinend. Jetzt, komm, 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 komm. Ja, jetzt ist es mit der. Sehr schön. Den kann ich schon mal rausnehmen. Danach kann ich vielleicht den zweiten rausnehmen. Und dann kann ich diesen komischen Kommandanten vielleicht machen. Wo ich in diesem Wesen schon mal ein bisschen leer. Sehr gut. Hat geklappt. Ich glaube, jetzt rennt mir nicht nur einer in die Parade. Das wäre jetzt echt nervig. Äh, der hat auch Bock? Die anderen gucken aber zu. Sehr schön. Crying Dai. Ja, das ist wirklich so. Ja, nun schreit doch nicht rum. So, jetzt habe ich hier den Typen unter mir. Der könnte schon ein bisschen kniffliger werden. Attentat. Nee, kann ich nicht komplett rausnehmen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. So. Einen von zwei Hauptmännern. Warum kommt ihr da jetzt hier Gutsche? Warum? Wo kommt ihr her? So ein Streitwagen da her. Oh, Mensch. Genau jetzt in die Basis gefangen. Genau in dem Moment. Kann auch nicht sein, Evi. Okay. Der dürfte aber nicht das Problem sein, weil der mir gleich hier in die Parade fährt. Aber ja, sehr gut. Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen hier ein bisschen. Der ist jetzt hier. Der ist von seinem Wagen abgestiegen. Einfach nur. Ich kann leider auch keinen Brand mehr setzen. Das heißt, den könnte ich holen, wenn ich... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist jetzt tatsächlich schwieriger, als wenn ich es wahrscheinlich ein bisschen... Ruhig angegangen wäre. Den kann ich über den Heuwagen hoffentlich rausnehmen. Aber wie gesagt, das bleibt immer noch der Kopfgeldjäger. Der wird man tot. Ich töte dich. Okay. Ich will das mal weg. Na, das ist ärgerlich. Jetzt muss ich wirklich hier Kleinstarbeit machen. Oh, die sind direkt alle... Gemeinsam. Noch eingesehen. Die dürfen wir nicht wissen, von wo das kam eigentlich, ne? Na ja, wundern sich zwar, aber... Okay. Okay. Ich bin jetzt leider zwei. Och Mensch, das ist jetzt echt schwieriger als gedacht. Ich habe natürlich anders geplant. Ich bin wieder jetzt als durchsucht hier gerade. Meldung. Ob denn nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wir haben gerade noch miteinander gesprochen. Ich finde das schön, wie die miteinander zusammenarbeiten. Das muss man ja echt sagen. Wir sind im Vorteil. Ich hoffe, dass der jetzt nicht die anderen noch holt. haut einfach ab so gut das soll mir recht sein so und so langsam belichtet sich das feld hier ist schon eine gute nachricht die sind nur nicht weg gelockt glaube ich ich krieg sie nur nicht weg gelockt der berg herrlich gerufen das macht ja nicht mal schaden noch mehr das kann doch nicht wahr sein und die denn jetzt schon wieder und die stellen sie jetzt auch noch dahin auch bitte nicht geht bloß weiter ich muss diesen typen da weg locken das nix was hier los ist in dieser basis ist doch nicht normal könnte sie versuchen hierhin zu locken und dann das feuer zu legen das eine idee das wäre vielleicht gar nicht so schlecht wir sind dahin gelockt bekommen die aufer sehen die anderen soldaten sind die frei aus soweit ich hoffe das klappt wünscht mir glück jetzt müssen besser als gar keine idee zu haben ich habe hier noch feile wenn ich schlecht jetzt mal hier war ganz schön was los hier ich hätte nicht gedacht was so eine mammut aufgabe wird man der tod von mir selber war ja auch noch verbrennt jetzt hoffe ich hoffe ich verbrennen verbrennt man der überlebt auch noch ganz knapp das kann nicht wahr sein der lebt doch gar nicht mehr ist klinisch tot sie springt ja ich immer auf seinen wagen rauf er würde die jetzt wenigstens jetzt ist ein brand setzen irgendwie muss ich dir jetzt mal hier über gelockt bekommen jetzt kommt wie bekomme ich die dahin gelockt also mein plan ist hier hin zu locken und hier mega mich selber zu verbrennen ich müsste die hier hin locken die kommen da jetzt raus vielleicht ist das eine chance okay die bewegen sich sie bewegen sich das ist schon besser als gar nichts auch nicht wirklich ne oh ich krieg den typen hier hingelockt oh das könnte klappen das könnte klappen konzentriert okay der typ ist natürlich heftig der macht schon mal nicht dir gefallen oh scheiße der ist schnell und die anderen kommen auch oh mein problem spring 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 das kann nicht wahr sein der typ ist natürlich heftig der kriegt kaum schaden durch mich wahrscheinlich der macht mir problem und er geht jetzt wahrscheinlich auch genau wieder zurück zur oh man ich komme da nicht ran weil die da alle stehen bleiben doch nicht normal oh da krieg ich ihn da alleine gefasst das ist jetzt hier nebenan da steht niemand ich weiß aber nicht ob ich ihm genug schaden macht das ist oh man oh man oh man oh man der ist der schlimmste und er kaum schaden bekommen so gut wie gar nicht können den kopf schießen das würde ihn nicht interessieren aber jetzt schon mal wächter das ist die gute nachricht das ist die gute nachricht wir fallen auf dich werden das ist die gute nachricht vielleicht na gut er sieht mir wahrscheinlich immer noch der kriegt keinen schaden durch mich das ist wahrscheinlich dem level geschuldet ich darf jetzt nicht noch in andere truppen rennen muss das ist schon die halbe mitte darauf sollte ich mich jetzt konzentrieren das hat richtig weh schießt auch noch mit pfeilen auf mich bin ich rüber nein das kann doch nicht wahr sein oh Mist ich hing da fest ich kann noch nicht über die mauer rüber der hat mir einen schlag versetzt so mit glück steht erwiesens ach nein ich muss wieder von vorne anfangen okay gut aber dann kann ich es besser machen jetzt trotzdem ärgert mich das ich hätte das gerne noch irgendwie möglich gemacht in der will er scheint sie gar nicht so gut geschützt zu sein da scheint da kommt was los zu sein vielleicht hält es eben halt doch in der nacht machen müssen nicht zwischen den ganzen leuten da zwischen den ganzen soldaten also neuer neuer anlauf ich muss tatsächlich noch mal komplett neu anfangen jetzt muss man wieder aufpassen ob ich jetzt hier gesehen werde so nochmal das ganze so sie ist jetzt in der villa denkst du da ist wenig los nein das sind natürlich auch die soldaten gut ist das der kopf geht hier gar nicht in der nähe ist so natürlich ihre leibweite sind jetzt hier oh das sieht dort nicht besser aus muss ich sagen so das ist ihre villa und da sind echt nicht viele soldaten das war ein fest aber so daten mäßig geht das klar ok gut und natürlich unsere alte freundin ist auch noch mit dabei diese zone ist tabu weit so gut da ist nur alle leute hier ich stimme einfach noch so daten die ich jetzt nicht gesehen habe aber generell ist der weg frei hoffe ich ja herren es ist alles so wie ich es mir erhofft hatte es wird dir an nichts zählen solange du an meiner seite bist solange du loyal bist solange du mich ja steigen wir da hinten mal rein kinsa ist das der luxus den du folgtest als sklave in einer feinde ägyptens der glückliche empfänger des besten der griechischen kultur und das dank unserer ehrenhaften hauseherrin wir alle profitieren leid dass es so enden musste alte freunde jetzt mögest du frieden in maats umarmung finden das sah schon viel besser aus schadja ermordet von einem von euch schadja wer schadja das kind das du ertränkt hast wie alle deiner art erkennst du nicht wie großartig ägypten sein könnte ist es das was du dir vormachst du vergisst die die du getötet hast sie war das kind von henut und rote fress henut war ein sturer bock diese aufzeichnungen hätten jede hoffnung zunichte gemacht dafür zerstörst du familien ich tat was getan werden musste ich werde alles vernichten wofür du stehst berenike und ich töte alle die so sind wie du doch im moment zählt nur dass du schadja getötet hast und das letzte das du hören wirst ist ihr name schadja das lief schon mal zehn mal besser jetzt Covidin ist besiegt Quest ist abgeschlossen und es folgt mir den E-B-Zipfels ich geh mal das ist das ich bin